Hallo und herzlich willkommen bei Ralfs Unboxing. Es ist wieder Montag, es ist 19 Uhr und das heißt mal wieder Wochenupdate. Aber vorher wollte ich euch noch sagen, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, um 15 Uhr heute ist ja mein neues Format gestartet. Einfach so Vorstellung Hashtag 01 und es ging hier um das Suicide Squad Stilbook, nähere Infos dazu im neuen Format. Könnt ihr mal reinklicken, einfach mal auf meinen Kanal stöbern. Da werden jetzt demnächst ein paar mehr Videos kommen, jetzt nicht jeden Tag, aber wenn denn immer um 15 Uhr. Aber soviel dazu, jetzt fangen wir mal an mit dem Wochenupdate. So, als erstes habe ich mir dann endlich mal geschafft zu kaufen The Lego Batman Movie und zwar die deutsche Blu-ray zu meinem italienischen Stilbook, was ich von Micha ja bekommen habe. An dieser Stelle nochmal danke lieber Micha und schönen Gruß an dich. Ja, Vorderseite sieht cool aus, Rückseite Filminformationen, Spine sehr gut und innen drinne haben wir dann die Blu-ray, denn hier noch so ein Lineago Ding und ein Digitalkubicode für euch. Und das Ganze hat sogar ein Wendekapper gehabt. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Emery, deutscher Ton von Lego The Batman Movie. Oder The Lego Batman Movie. Den habe ich mir geholt, weil es im Angebot war für 1299 Agent of Shield, die komplette zweite Staffel. Die erste Staffel habe ich ja schon lange im Schuber und bevor ich nachher die nicht mehr im Schuber kriege, habe ich sie mir jetzt mal geholt. Ja, Vorderseite vom Schuber mit FSK 12 Flatsche, leider aufgedruckt. Auf der Rückseite hier die Serieninformationen und wir haben da drinne 5 Disks, denn hier auf dem Spine steht ehestens auf Shield und hier auch und unten noch ein Bild von hier Coulson. Denn hier dasselbe Design in der M-Array und dann die Disks hier alle, da drinne stehen nochmal die Folgen auch. Hier Disks 1, Disks 2, Disks 3 und Disks 4 und 5 und auf der Rückseite auch nochmal die Folgen. Ja, die erste Staffel hat mir nicht so besonders gefallen von der Serie, habe die auch mittendrin abgebrochen, aber die soll ja von Staffel zu Staffel immer besser sein. Ich fange die irgendwann nochmal an zu gucken, aber ich habe halt einfach zu viel zu gucken. So, dann ist auch zu mir gekommen endlich das Power Rangers Steelbook. Habt ihr den Film auch schon gesehen und der gefällt mir richtig gut. Dieses Power Rangers Steelbook war ja auch eins von denen, die oben hier rechts, wenn wir es eingefangen kriegen, so eine kleine Delle hatten. Die habe ich jetzt mittlerweile schon raus gemacht, also die kriegt man recht gut raus, aber ich weiß auch nicht was da los ist mit diesen ganzen Dellen, aber das hört hoffentlich bald auf. Schickes Steelbook auf jeden Fall, aber erstmal gucken wir uns hier die Filminformationen an. Kennt ihr schon? Pause drücken, wenn ihr das wissen wollt. Wie gesagt, der Film an sich ist sehr zu empfehlen. Wer früher die Power Rangers Serie mochte, wird den Film auch mögen. So, die Vorderseite mit den fünf Rangers in kompletten Rüstungen. Richtig genial. Alles so in matt gehalten. Ich würde sogar so seidenmatt mit ganz ganz leichten Glanzeffekt. Nicht Fingerabdruck anfällig. Oben steht dann Power Rangers drauf. Richtig geil. Auf der Rückseite denn das Power Rangers Logo und It's Morphing Time ist zwar schlicht, aber sieht ganz okay aus. So, wenn wir das Ganze aufklappen, haben wir denn hier das Gesamtdesign mit Power Rangers auf den Spine. Sieht auch sehr, sehr gut aus. So, hier drinnen noch ein bisschen Werbung. Heute kein Digitalkopi-Code für euch dabei. Und dann hier die Disc und der Innendruck ist mal richtig genial. Also der Innendruck gefällt mir wirklich 1A. Innendruck geil, Film geil, was will man mehr. So, das war das Power Rangers Steelbook. Was kommt jetzt noch? Achso, einmal von Disney, von Mary Poppins. Das habe ich mal von Björn Kramer gekauft. Das ist jetzt wirklich schon ein bisschen länger her. Aber mir ist aufgefallen, habe ich noch gar nicht reingehalten gehabt. Oder besser gesagt, ich weiß es gar nicht mehr. Also wenn es sich schon mal reingehalten hat, dann tut es mir leid. Wie gesagt, hier Mary Poppins, das Disney Steelbook. Ob es jetzt deutschen Ton hat, weiß ich gar nicht. Aber mal gucken, da steht jetzt hier auch gar nicht so richtig drauf. Audio, Deutsch, ne, ich glaube Deutsch hat es nicht. Also egal, ich werde mir irgendwann mal die Emery holen. So, dann kommen wir jetzt zum Steelbook. Vorderseite richtig genial geprägt. Den Film habe ich aber als Kind immer sehr gemocht. Hier Mary Poppins auch geprägt und auch diese Figur mit dem Schirm. Also Mary Poppins direkt geprägt. Innen drin ist so ein bisschen London zu sehen und das im Hochglanz. Auf der Rückseite haben wir dann dieses Bild. Auch wirklich genial. Wenn wir das Ganze aufklappen, sieht dann der Gesamteindruck so aus. Auch wirklich recht schick. Der Innendruck ist auch nicht von schlechten Eltern. Sieht auch sehr gut aus. Und dann hier die Disc, aber etwas schlicht gestaltet. Wie gesagt, Mary Poppins. Und dann noch ein Steelbook. Und zwar Poltergeist ab 16. Das ist die Ursprungsverfilmung davon. Den hatte ich auch mal von Björn bekommen. Hatte den dann mal jemand anders gegeben. Und der hat mir den jetzt wieder zurückgegeben und deswegen kommt der jetzt ins Update rein. Ja, Poltergeist. Auf der Rückseite hier die Filminformation. Ist ein deutsches Steelbook. Wie gesagt, könnt ihr ja mal Pause drücken. Wenn wir das Infoblatt abnehmen. Dann haben wir hier das Steelbook. So in diesen Fernsehrillen hier so ein bisschen gemacht. Poltergeist hier oben geprägt. Und auch eine Rahmenprägung. Richtig schick matt gehalten. Also gefällt mir wirklich richtig gut. Ja. Und dann hier hinten der Fernseher. Wie sieht er rein fest? Und wie früher bei Warner Brothers hier die Credits drauf gedruckt. Und dann innen drin haben wir auch einen schicken Innendruck. Wo sie sich gerade am Bett festhält. Und die Disc. Und das ist der Gesamteindruck. Hatte ich gerade vergessen. Ja, das war jetzt schon das Wochenupdate von heute. Wie gesagt, schaut doch mal mein neues Format rein. Da kommt jetzt ab und zu immer um 15 Uhr ein Video. Ja, weiter weiß ich jetzt auch nicht mehr, was ich sagen soll. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was ihr von meinem kleinen, aber feinen Update findet. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Ralf von Ralfsner Boxing. Ciao! Ciao!